Grüß euch, ich bin der Max Jaucker und ich möchte euch heute unseren neuen Eurosparmarkt präsentieren. Ja, wir sind da in unserem Herzstück, der Obst-Gemüse-Abteilung und der Frische-Abteilung mit der Feinkost. Komplett cool bei uns. Es gibt Kaffee und Orangenpresse, also immer topfrische Produkte. Was es jetzt auch bei uns neu gibt in der heißen Theke, warme Panini für die Jausen. Ja, die Kundenwünsche werden natürlich immer ausgefallener und daher der Schritt zum Eurospar, dass wir uns vergrästern, in Wahrheit verdoppeln. Neuig bei uns auch im Betrieb ist der Bernhard. Er ist Fleischermeister und hat eine besondere Kompetenz bei Frischfleisch. Bei Brot und Gebäck haben wir eine riesen Auswahl. Wir haben fünf regionale Bäcker mit ganz vielen verschiedenen Broten, angefangen vom Roggenbrot, Dinkel, ganz viel Auswahl. Wir haben innerhalb von sechs Monaten den Markt total umgebaut und zehn Wochen geschlossen gehabt und jetzt endlich wieder offen. Wir haben eine riesen Auswahl an Bioprodukten im Obst-Gemüse-Bereich. Mehr wie die Hälfte ist Bio. Eine schonende Bauweise war uns ganz wichtig. Wir haben fast den ganzen Altbestand erhalten können. Und eine 100 kW Photovoltaikanlage am Tag sorgt für absolut grünen Strom. Wir haben ganz viele verschiedene nationale und internationale Käsesorten. Und zwar Käsesommelier beraten euch gern bei der Käsetecke. Unser Weinsortiment ist mehr wie verdoppelt worden. Nationale und internationale Spezialitäten.